Kurz nach Beginn der christlichen Zeitrechnung waren die Römer im schönen Nierstein in Rheinhessen. Wahrscheinlich wegen des Weines, sagen die Niersteiner. Und jetzt, rund 2000 Jahre später, revanchiert sich ein Rheinhesse namens Hermann für den Besuch. Und wieder gehen die Niersteiner davon aus, dass es wahrscheinlich am Wein liegt. Aber was auch immer der Grund für diesen Lebenstraum war, Hermann hat sich dabei historisch genau exakt ans römische Originaltempo gehalten. Guten Morgen, Herr Dschüdar. Für Hermann Steiger aus Rheinland-Pfalz, der gerne an der frischen Luft ist. Der Herr Steiger hat einen ganz außergewöhnlichen Lebenstraum gehabt, denn er wollte mit einem Traktor nach Sizilien fahren. Ein Trecker? Aber nicht nur Traktor, das hat er nicht ausgereicht. Der hängt an dem Traktor und noch ein Wohnwagen dran. Mir wird mit einem Brenner gefahren mit 25 Stundenkilometer. Ja, man muss mal sagen, verrückter Vogel. Nur ist er eben nicht geflogen, sondern gefahren. Von Nierstein über den Brenner, durch Südtirol und die Toskana nach Sizilien bis an die Stiefelspitze. Und dann macht er auf dem Absatz wiederkehrt. Insgesamt? 5000 Kilometer. Genau, Palermo, ich komme, dachte sich der 63-Jährige. Palermo Hermann ist ein Winzer, der sein ganzes Leben in den Weinbergen herumgekrabbelt ist. Und der nun mehr will als Reben erleben. Die Idee dazu hatte Hermann schon vor 40 Jahren. Sie musste reifen. Aber das kennt er ja von seinen Weinen. Also Palermo Hermann wird ja geschimpft von den Leuten in seinem Ort. Und da hat natürlich keiner gedacht, dass er jemals irgendwann nach Italien kommt. Das ist schon ein verrückter Fjall. Aber da hat sich das in den Kopf gesetzt. Und ich finde das irgendwie ganz romantisch. Es fehlt jetzt eigentlich noch die Bäuerin Palermo Gabi oder so. Nein, Rosa heißt sie, ist seine Frau und sie kennt ihn gut. Okay, das kann er sich gerade nochmal machen mit dem Wasserkochen. Aber sonst ist gar nichts. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob das gut geht oder nicht. Oh, ich finde das süß. Doch Hermann will raus, will on the road und... Was soll ich denn alleine sein? Einfach mal sein Leben leben und genießen. Doch, von wegen. Seine Tour startet gleich stressig. Im Wohnwagen ist die Heizung ausgefallen. Ganz schön frotzig mitten im Schnee. Und dann hat Hermann endlich die Alpen überwunden. Nicht aber die Sprachbarriere. Der spricht kein Wort Italienisch. Und wenn er Italienisch sprechen würde, könnte man ihm wegen sein, wie er es leckt, es ja gar nicht verstehen. Ein bisschen froh, da habe ich Englisch sprechen können. Nein, gar nichts nicht. Was? Ich verstehe nichts. Tja, nicht. Ich will es ja nicht. Ich bin in mir schon nicht. Bleibt doch dabei. Ach, der spricht Deutsch. Hässisch. Oh, der Arme. Ja, herrlich. Ich hoffe mal. Asche Beche. Ich dachte ja immer, Fränkisch ist der schlimmste Dialekt, aber nee, hässisch. Der Hermann hat Zeit, das ist schön. Früher sind Sie mit dem Pferd wohin gereist. Ich würde lieber fliegen natürlich, aber ich meine, da sieht man ein bisschen von der Welt. Tuk, 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 tuk. Erster Baum, zweiter Baum. Und du darfst auch keine Autobahn fahren. Stimmt. Und auf der Landstraße braucht er viermal länger als ein Pkw. 25 Klammer. Also du hast quasi vom Ausgangsort bis nach Sizilien immer ein Hupkonzert hinter dir. Wenn der in Italien ist, da hupen sie den Tod. Was mich hier überrascht, da wird nicht gehupen, gar nicht. Das tut mich sehr überraschend. Das wäre bei uns nicht der Fall. Bei uns gehst du von jedem eine Vorwünsche Zeit. Oh ja, die Italiener haben Hermann direkt ins Herz geschlossen. Lecker. Ich bin Deutsche. Gebt mir nur zwei Kilo. Das ist aber auch so typisch deutsch. Ins Ausland fahren und einfach nur sagen, ich bin Deutsche. Hesse, um genau zu sein. Und er mag es gemütlich deutsch. Auch auf dem Weg durch Rom. Da fährt er mit dem Traktor auf dem Petersplatz. An allen Absperrungen vorbei. Ich glaube, da kam sofort die Polizei. Ja, die italienischen Caraballiere, die werden wahrscheinlich gedacht haben, das ist wieder so eine Bauerndeprofo, der da vorgefahren ist. Die größte Attraktion auf dem heiligen Pflaster scheint er selbst. Das ist mir die Träumlersee. Der Papst hat sich das an, die Träumlersee. Klar, gleich kommt der Papst noch vorbei, sagt, Hallöchen, wie geht's dir? Komm rein, trink einen mit. Hermann ruckelt weiter mit der Fähre übers Mittelmeer, ab nach Sizilien, wo er sich zum Ätna hohrackert. Und dort besucht ihn seine Frau Rosa für einige Wochen. Riesig, ich hole den mit meinem Traktor ab. Ne, das war schon ganz gut, als ich gewusst. Aber nur war es vielleicht schon ein bisschen zu lang. Der Mann, der hat einen Schuss, aber einen guten Schuss. Und solche Leute finde ich wirklich gut. Die machen, was sie wollen und egal, was die anderen denken. Irre. Aber ich finde das phänomenal. Man muss man lieben, weil er ist ein sturer Hund und er will seinen Lebenstraum verwirklichen. Solche Leute braucht das Land. Und vor allem Rhein-Hessen. Hermann ist von seinen Landsleuten begeistert empfangen worden. Für sie war seine fünfwöchige Wummeltour aber auch eine wirklich wilde Achterlandfahrt. Sind Sie ein bisschen verrückt? Naja, du musst mir ein bisschen was an den Bären haben, wenn wir so tun, immer. Gell, Hesse, super. Gut gemacht.